Hallo und ein herzliches Willkommen hier auf meinem kleinen und bescheidenen YouTube-Kanal Martin Hofmeister Unboxing. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, aus dem fernen Osten habe ich tatsächlich mal wieder einen Staubsauger erhalten. Ich bin so langsam der Staubsauger-Marin und ich möchte euch heute aus dem Xiaomi-Universum den Truva Power 12 vorstellen. Was hier alles drin ist, wie dieser Staubsauger funktioniert und vor allem was er leistet, das seht ihr nach dem Intro. Bleibt dran, bis gleich. Ja Freunde, hier ist er, der komplette Inhalt des Truva Power 12. Ja, jede Menge ist dabei, beziehungsweise wir sagen mal so, also es ist alles dabei, was man auch wirklich braucht. Natürlich wie immer hier die berühmte Bug Roger Pistole, so nenne ich sie ja immer netterweise, mit einem Display, Freunde. Ihr habt schon gehört, da ist mächtig Dampfhinter. Also in dieser Preisklasse mit einem Display, der sogar es genauer anzeigt, wie voller Akku ist, noch wie zum Beispiel ein Dyson oder so was. Da sind ja nur diese alten Balken drauf. Hier wird es in der Prozentzahl sogar genau angezeigt, wie viel Akku dieser Power 12 noch hat von der Firma Truva. Und ja, vom Design her möchte ich sagen, super, zusammengebaut wie ich der Ganze nun gerade mal 1,45 Kilo. Das ist wirklich für die Steuerung mit der einen Hand wirklich optimal. Ihr drückt hier den Knopf, zieht diesen Akku ab. Das ist auch in der Preisklasse nicht selbstverständlich. Mittlerweile sind wir teilweise leider verbaut. Hier könnt ihr die Akkus nachbestellen und schon könnt ihr, sollte er nicht mehr saugen wollen, könnt ihr dann gleich den neuen Akku reinpacken. Ihr könnt ihn direkt hier laden, zieht nochmal ab. Also hier vorne an dem Loch ist der Eingang und ihr müsst nicht das ganze Gerät mit zur Steckdose schleppen. Natürlich habt ihr auch noch eine Wandhaltung dabei. Ihr könnt es also auch aufhängen, Schrauben und Dübel inklusive natürlich. Dann haben wir hier diese, ich sage mal immer, Fugenbürste dazu. Die lässt sich ganz einfach und sanft hier bewegen, sodass ihr also entweder diese Fugendüse als Fugendüse nutzen könnt oder eben auch hier mit diesem Pinsel für Ecken oder sonstiges oder für das Möbeljahr. Also ganz einfach zu verstellen. Da haben andere Hersteller schon bedeutend schwieriger gemacht. Da musste man richtig kräftig dran ziehen. Hier geht das wirklich super einfach, ganz toll. Ja, das Ganze ist mit diesem Klickverschluss natürlich nur praktiziert, damit ihr schnell wechseln könnt. Und hier in diesem Alu-Look, dieser Saugstab mit der Aufschrift Power 12. Also das finde ich schon sehr hübsch. Sieht super aus und lässt sich natürlich auch ganz leicht anbringen. Einfach nur raufgesteckt, es rastet ein, es ist fest, drückt ihr auf den Knopf, löst es wieder. Also simpel, einfacher geht es ja eigentlich gar nicht mehr. Dann haben wir hier die Milben- und Möbelbürste, so will ich sie mal behaupten. Milbenbürste kam ja irgendwann mal raus, dieser Spruch. Das ist einfach nur so eine kleine Bürste, damit könnt ihr optimal das Möbel ja absaugen, das Sofa, den Sessel oder whatever, das Bett, die Matratze. Also das ist optimal. Ja und dann haben wir unten natürlich noch die Hauptbürste. Diese Rolle könnt ihr auch ganz leicht entnehmen und könnt das Ganze wieder sauber machen. Wir haben hier keine Frontbeleuchtung. Ihr könnt also nicht den Nachbarn nachts ärgern und im Dunkeln saugen. Das braucht man ja auch nicht. Frisst auch nur zusätzlich einen Akku. Natürlich haben wir dann auch noch hier die Anleitung dabei, eine Stellanleitung und natürlich das Ladegerät. Das darf natürlich auch nicht fehlen. Und das war es auch eigentlich auch schon vom Inhalt. Wir haben wie gesagt hier ein Gesamtgewicht von 1,45 Kilo. Lässt sich ganz super mit einer Hand steuern. Der Akku selbst ist ein 2500 mAh Akku. Er reicht ca. bei der Turbostufe. Und Turbostufe bedeutet... Jetzt habe ich ausgemacht, pardon. Turbostufe bedeutet... Das hier. Und da kann man für mich zugucken, wie schnell der Akku leer ist. Also der hält dann in dem Turbomodus maximal 15 Minuten. Aber wer nutzt den Turbomodus konstant dauerhaft? Also das bringt ja nichts. Dann haben wir noch die Stufe 2. Das wäre diese hier. Gar nicht mal so laut. Also ich finde es angenehm. Und die würde ca. 30 Minuten halten. Und die Stufe 1, die ihr natürlich auch außerhalb des Betriebes einstellen könnt, hier in diesem Display. Damit kommt ja eine ganze Stunde sogar aus. Ca. 60 Minuten hält dann der Akku. Und das ist vollkommen ausreichend. Ja Freunde, der Kurztest hat mich überzeugt. Es ist wirklich ein tolles Gerät. Vor allem wenn wir gleich zum Preis kommen. Da werdet ihr sicherlich unglaublich begeistert sein. Denn so günstig ein Staubsauger zu ergattern mit diesem wunderbaren, innovativen Display. Das ist schon mal eine Ansage für die Konkurrenz. Und er saugt wirklich super einfach. Mit dieser eine Handbewegung nach links und nach rechts. Ja. Das geht richtig locker von der Hand. Also ganz einfach. Ihr braucht euch da nicht kräftig anstrengen. Es ist wirklich ein toller Staubsauger. Und hinzu natürlich mit dieser Fugendüse. Die brauchte ich jetzt nicht großartig vorstellen. Damit kommt ihr in jede Ritze, in jeder Sofa-Ritze oder eben auch hier beim Runterziehen mit diesem Pinsel. Da seid ihr natürlich auch ganz schnell dabei und könnt das Möbel ja mal kurz absaugen. Die Hauptbürste auch super genial. Lässt sich super reinigen. Auch hier unsere kleine Sofa-Bürste oder Milbenbürste. Ihr habt es gesehen. Welche Fläche man auch immer damit absaugt. Ob man dratzen, das Sofa, den Sessel. Funktioniert einwandfrei. Wie gesagt, dabei ist auch noch die Wandhalterung inklusive Schrauben und Dübel. So wie das Ladegerät und dieser abnehmbare Akku. Was wirklich nicht selbstverständlich ist in der Preisklasse. Und da kommen wir gleich zu. Also wirklich, diesen Staubsauger bekommt ihr mega günstig bei AliExpress. Und jetzt haltet euch bitte fest. Nochmal, alles was ihr auf dem Tisch seht. Dieser tolle, kräftige Staubsauger mit diesem tollen Display. Und dieser Power hier. Den bekommt ihr locker. Den Prover Power 12 bekommt ihr bei AliExpress. Nutzt bitte diesen Link hier unten. Dann könnt ihr ihn für aktuell, die Preise erinnern sich da ja fast täglich. Jetzt aktuell für 207,04 Euro bekommen. Also bleibt euch jetzt auch gerade die Luft weg. Es ist unglaublich. 207,04 Euro. Und ihr bekommt hier so ein Gerät mit einem besseren Display. Besser ablehbar. Also er zeigt euch die Prozente des Akkus an und und und. Also ihr könnt bei diesem Staubsauger nichts falsch machen. Und das Display ist bedeutend besser, wie zum Beispiel bei Dyson, der das Vierfache kostet. Also schlagt zu. Nutzt meinen Link da unten. Und dann landet ihr direkt bei AliExpress. Und ihr habt es innerhalb wenigen Tagen bei euch zu Hause. Für 207,04 Euro könnt ihr nichts falsch machen. Also absolute Kaufempfehlung. Freunde und wenn ihr schon dabei seid und auf die Links klickt, dort findet ihr meine Facebook-Seite. Auf dieser Facebook-Seite stelle ich euch täglich die aktuellen Angebote von Amazon vor. Und wenn ihr meine Links nutzt, dann spart ihr richtig Kohle, wenn ein Produkt dabei ist, was ihr gerne haben möchtet. Also nutzt meine Facebook-Seite Unboxing, Martin Hofmeister Unboxing und dann könnt ihr richtig Kohle sparen. Ja, das war er. Der Trover Power 12 aus dem Xiaomi-Universum. Also für mich ein ganz klarer Hit-Kandidat. Schlagt zu, für 207,04 Euro könnt ihr nichts falsch machen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wie immer an dieser Stelle. Bleibt gesund. Euer Martin Hofmeister. Ciao. Euer Martin Hofmeister.